Servus! Ich habe ja vor kurzem angekündigt, dass ich in Zukunft wieder sehr oft auf dem Rad sitzen werde, in naher Zukunft. Und was ist seitdem passiert? Nichts! Zumindest radtechnisch nicht viel. Ich war eher laufen. Aber heute will ich scheinbar alles wieder aufholen. Ich habe eine längere Tour geplant. Und zwar, wenn alles gut geht, wird es die längste Tour meines Lebens bisher 260 Kilometer von Bad Neustadt in die Rhön, ins Sinntal, rüber zum Main und zurück nach Bad Neustadt. Vielen Dank an Jan für den Track, falls du das siehst und euch viel Spaß mit dem Video. Über ein Zintel der Tour ist geschafft. Und der höchste Berg sollte auch schon überwunden sein. Und der heftigste Anstieg beim Arnsberg bei Oberweißenbrunn war das. Und ja, jetzt rolle ich nach Wildflecken runter. Und von dort geht es weiter auf den Rhön-Express-Bahnradweg, heißt er, glaube ich. Diesen Rhön-Express-Weg, den gibt es noch gar nicht so lange. Da wurde eine alte Bahnstrecke zum Radweg umfunktioniert. Und dadurch, dass die noch relativ frisch ist, ist der Belag auch frisch und top zu fahren. Eine richtige Autobahn für Radfahrer. Und die führt mich jetzt tatsächlich von Wildflecken komplett bis ins Sinntal. nur noch 200. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Über 60 Kilometer sind gefahren. Aber es fehlen halt noch 200. Und ich bin wirklich erst einmal in meinem Leben über 200 Kilometer gefahren um den Bodensee damals. Das Video finden die auch in meinem Kanal. Und naja, schauen wir mal, wie es wird. Ich bin gerade an Gemünden vorbei und habe jetzt erstmal den Fluss gewechselt, an dem ich vorbeifahre. Die ganze Zeit war es die SIN. Jetzt fahre ich am Main entlang. Und das über Karlstadt, Würzburg bis nach München. Ich bin gerade an Gemünden vorbei und habe jetzt erstmal den Fluss gewechselt, Hitzingen. Da oben drauf ist ein Edelweiß zu sehen. Da verläuft ein Klettersteig, der Lenzsteig. Dazu findet ihr auch ein Video in meinem Kanal. Ich versuche es mal in der Infobox einzublenden. Ist zwar nicht lange, macht aber auch sehr viel Spaß. Oh, was für ein schöner Tag. Aber wenn die Sonne scheint und die Blumen blühen, man kann einfach radeln gehen. 130 Kilometer. Ich habe gerade Halbzeit. Allerdings seit ich am Main bin, also knapp seit 50 Kilometern, habe ich eigentlich kontinuierlich Gegenwind. Das macht es etwas beschwerlicher, aber ich habe über die Hälfte. Ja. 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 Es sind keine 100 mehr. Ich bin bei Marc Breit, habe jetzt über 160 Kilometer, 161 Kilometer und geht ruckzuck. Ich sitze bis jetzt nur 6,5 Stunden knapp auf dem Sattel. Ich denke mal bei dem Schnitt, wo ich heute fahre, werden es noch so an die 4 Stunden. Aber dann ist es auch schon geschafft. Und ich fahre sogar über das Wasser, wie die Pferde hier auch. Und auch die 200 Kilometer sind überschritten. Jetzt nur noch entspannt heimrollen, 60 Kilometer, locker easy. Es wird ja immer wieder davon geredet, dass deutsche Städte nicht fahrradfreundlich sind. Und wenn es auf eine deutsche Stadt so richtig zutrifft, dann definitiv auf Schweinfurt. Ich bin froh, dass ich da wieder durch bin. Und jetzt geht es weiter über Rannungen. Da müssten auch noch ein paar Höhenmeter folgen. Dann über Mütterstadt und zurück nach Hause. Und die letzte Rampe an Höhenmetern liegt auch hinter mir. Jetzt müsste es die nächsten 30 Kilometer ziemlich höhenmeterfrei weitergehen. Und dann habe ich es geschafft. Und was passiert einem keine 20 Kilometer vor dem Ziel? Zack, Reifenblatt. Ich habe den Übeltäter nicht so wirklich gefunden. Ich versuche jetzt einfach mal aufzupumpen und hoffe, dass ich ein Stück weiter komme. Schlauchwechsel habe ich eigentlich keinen Bock. Aber naja, schauen wir mal, ob es so hinhaut oder ob es dann doch sein muss. Ich fahre wieder. Ich hoffe, das bleibt auch so. Vielleicht muss ich noch ein bis zwei Mal nachpumpen. Einen potenziellen Pannendienst habe ich auch schon ausgecheckt. Aber ich hoffe einfach das Beste. Immer noch derselbe Schlauch der Defekte. Ich habe einmal nachgepumpt, aber habe jetzt keine 10 Kilometer mehr. Also das wird die letzten zwei. Allerdings eine fiese Kleinigkeit kommt bei mir immer noch zum Schluss. Und zwar, ich wohne auf einem der höchsten Punkte der Stadt. Was eigentlich relativ geil ist, weil da hat man immer alles im Blick. Aber nach solchen Aktionen dann immer noch mal so knapp 70 Höhenmeter rauf zum Schluss. Das bräuchte man nicht immer. Aber das werde ich auch noch abschauen. Und geschafft. 260,3 Kilometer. Meine bisher allerlängste Tour. Und auch wenn es sich vielleicht komisch anhört, ich muss sagen, irgendwie war es viel leichter wie gedacht. Es ist mir eigentlich gar nicht schwer gefallen. Ich hatte nur zwischendurch mal einen Tief bei so, ja zur Halbzeit 120, 130 Kilometer. Da hatte ich gedacht, jetzt werden meine Beine irgendwie schwer. Und habe schon gedacht, wie soll ich denn das zu Ende bringen. Aber irgendwie ging es dann auf einmal wieder. Und es ging dann wirklich sauber durch. Bis 230 Kilometer ungefähr. Dann waren die Beine wieder ein bisschen schwer. Und irgendwie die Energie nicht so da. Dann war auch noch die Panne bei 240 Kilometer. Aber durch diese Zwangspause, da haben sich die Kräfte nochmal gesammelt. Und dann ging es bis zum Ende eigentlich sauber durch. Und ja, jetzt fühle ich mich auch gut. Bin happy, bin zufrieden. Und ja, ich hoffe ihr hattet Spaß mit dem Video. Und wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.